Wie ist das Feedback für die Transformation? Bei Eventim spielt Feedback eine ganz zentrale Rolle für die Transformation. Für uns haben wir uns das auserkoren, dass Feedback für die persönliche Weiterentwicklung wesentlich sein soll, aber auch für die organisatorische Entwicklung. Sprich, ich soll Impulse bekommen von anderen dafür, wie ich meine eigene Kompetenzen weiterentwickeln kann, aber eben auch daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir uns als Organisation besser werden wollen. 2020, weiß ich nicht, aktuell treibt mich das Thema Talent und Skills besonders und ich glaube auch, dass wir bis 2020 brauchen, um eine gute Antwort darauf zu bekommen. Softwareentwicklungen sind zur Zeit häufig Vorreiter für Trends und ich kann mich da sehr inspirieren lassen, im Sinne von was alles möglich ist und auf der anderen Seite natürlich meine Basisprozesse, wie Gehaltsabrechnung etc. effizient und schlank zu machen, aber auch viele neue Ideen, um neue Prozesse zu gestalten, Feedback zu organisieren, Recruiting innovativ zu gestalten. Also eine ganz zentrale Rolle.